Yo, moin und willkommen zu der vorerst letzten Folge Meistgespielt. Ich habe hier jetzt nochmal 5 Bronze, 5 Silber und 3 Goldkarten von der Fraktion Skellige für euch, was die neuen Karten betrifft. Hierbei ist es so ein bisschen zu beachten, dass die Werte sich wahrscheinlich bei manchen Karten demnächst sehr verändern werden, weil ich das jetzt hier kurz nach dem Patch aufgenommen habe oder aufnehme. Und da waren halt ein paar Karten dabei, die verändert wurden bzw. abgeschwächt. Dann würde ich mal mit dem 5. Platz anfangen mit den Bronze Karten. Das ist das Dimmun Kriegsschiff mit 17,95% in den Skellige Decks. Diese Karte hat eine Stärke von 7 und fügt dann eine Einheit 4 mal einen Schaden, also insgesamt 4 Schaden. Ziemlich gut in den X-Men Decks. Da habe ich die Karte auch drin für die Decks sehr gut auf jeden Fall. Dann haben wir den Heimei-Beschützer auf Platz 4 mit 20,51%. Er hat erstmal eine Stärke von 2 und damit kann man einen Bronze-Gegenstand aus dem Deck ausspielen. So an sich erstmal nur 2 Punkte, ist nicht viel. Doch der Gegenstand, mit dem man die Karte eigentlich zusammenspielt, ist der Knochen-Talisman. Schön, da ist er auf Platz 3. So kann ich das gut verbinden hier in dem Video. Mit 23,93%. Ich weiß nicht, warum der Knochen-Talisman ein bisschen häufiger gespielt wird. Vielleicht ist es so, dass man zweimal den Beschützer drin hat und dreimal den Talisman. Das kann ich mir vorstellen, dass es halt da zu einer etwas höheren Zahl kommt. Der Knochen-Talisman, da hat man erstmal die Wahl zwischen Beste und der Regeneration. Bei der Beste kann man eine Bronze-Biest- oder Bronze-Kultisten-Einheit auferstehen lassen. Und bei der Regeneration heilt man eine verbündete Einheit und kräftigt sie um 3. Da wurde das verändert, dass bei dem Wiederauferstehen lassen die Karte nicht mehr verbessert wurde. Finde ich eigentlich ganz gut, weil es ist auch so sehr stark. Ja, dann haben wir den Dimmun-Corsar auf Platz 2 mit 40,17%. Er hat eine Stärke von 3. Und damit kann eine Bronze-Maschine auferstanden werden. Zum Beispiel das Dimmun-Kriegsschiff. Wäre halt so eine Möglichkeit oder sowas wie ein Wahljäger. Genau, ist halt auch super in den X-Men-Decks, also mit der Verbindung zum Kriegsschiff. Und auf Platz 1, der Tuessich Tom Dörr, wie er jetzt heißt, mit 51%. Er hat eine Stärke von 1 und er generiert einen Bären, der einfach noch mal Stärke 11 hat. Also insgesamt 12 Stärke für eine Bronze-Karte. Das ist recht gut. Und der Bär ist halt eine Bestie und verflucht. Das ist sehr gut für die Curse-Decks, die man kennen mit dem Berserker-Briganten. Und der Tuessich Tom Dörr ist halt auch ein sehr beliebtes Ziel für das Wiederherstellen. Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte. Dann würde ich einfach mal zu den Silberkarten switchen. Da haben wir auf Platz 5 das riesige Wildschwein mit 1,42%, also nicht sehr viel. Ja, das Wildschwein hat erstmal eine Stärke von 8. Und jetzt ist es so, man zerstört eine zufällig gewählte verbündete Einheit und verbessert diese Einheit dann um 10. Ja, man kann dann natürlich Glück haben oder auch Pech, je nachdem wann man die Karte spielt. Wenn man da jetzt zum Beispiel sowas wie eine Freya zerstört und das Wildschwein dann auf 18 hoch geht, verliert man nur einen Punkt so gesehen und kriegt dann so an sich 9 dazu. Das ist ziemlich gut, aber wenn das natürlich dann eine sehr hohe Karte trifft, ist das sehr ärgerlich. Also, weiß ich nicht, ich habe die Karte nicht und ich würde die, glaube ich, auch so wie sie jetzt ist, nicht spielen wollen, weil mir das Risiko da einfach irgendwie zu hoch ist, die Karte im richtigen Moment dann auszuspielen und dass sie auch dann was Schwaches trifft. Also, weiß ich nicht, die Karte würde ich so für mich nicht spielen. Dann haben wir Joana auf Platz 4 mit 3,42%. Sie hat eine Stärke von 6 und heilt eine verbündete Einheit und verbessert sie dann um die gehalte Stärke. Finde ich erstmal ziemlich gut. Die wurde auch ein bisschen angepasst, dass sie jetzt halt auch Gold-Einheiten treffen kann. Das war vorher nicht so, da konnte nur Bronze- und Silbereinheiten heilen. Das kann halt manchmal ein bisschen schlecht sein, wenn man keine, ja, von sich aus geschwächte Bronze- oder Silbereinheit hat. Der Gegner schon, da muss man halt die Gegner-Einheit heilen. Das war halt vorher so, das ist nicht so geil. Und jetzt ist es halt eine verbündete Einheit und kann dann halt auch Gold-Einheiten treffen. Finde ich ziemlich gut. Joa, habe ich selber jetzt noch gar nicht gespielt, aber kann ich mir eigentlich auch recht solide vorstellen. Dann eine weitere Karte, die ich nicht besitze, ist auf Platz 3, nämlich das verzierte Schwert mit 8,55%. Damit erschafft man einen skellige Bronze- oder Silber-Soldaten und kräftigt ihn um 3. Kann natürlich auch ganz gut sein. Ich hatte die Karte ein paar Mal bei dem Runenstein dabei. Ist aber halt auch so ein bisschen Glück, was man da zur Auswahl bekommt. Und apropos Runenstein, den Strieber-Krunenstein haben wir auf Platz 2 mit 10,26%. Damit erschafft man eine skellige Silbereinheit, zum Beispiel das verzierte Schwert oder auch das Wildschwein- oder Joana, was wir ja gerade hatten. Also da hat man dann die Auswahl, wie bei den anderen Runensteinen auch, zwischen 3 skellige Silberkarten. Und da hat es natürlich auch mit Glück zu tun, was man zur Auswahl bekommt. Ja, und auf Platz 1 ist der Silberexmen, der Rahn, mit 19,66%, einer Stärke von 6. Und er ist eigentlich so wie die normalen Bronze-Exmen, nur halt in Silber. Und er verbessert sich, egal wo die gegnerische Einheit Schaden erleidet. Also wenn eine Einheit in der Belagungsreihe liegt vom Gegner, die bekommt Schaden, der Rahn liegt in der Nachkampfreihe, wird halt trotzdem verbessert. Ist halt so, ganz einfach ausgedrückte Silberexmen, der sich überall verbessert. Eine super Ergänzung zu den Exem-Decks auf jeden Fall. Und eine super Karte für diese Decks auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Goldkarten. Da haben wir drei Stück. Und zwar haben wir auf Platz 3 Ulf Heddin. Denke ich mal, wird es ausgesprochen. Mit 11,68%. Er hat eine Stärke von 6. Wenn man die Karte ausspielt, werden allen gegnerischen Einheiten einen Schaden zugefügt. Super für Exem-Decks auf jeden Fall. Und da ist es so, wenn die gegnerischen Einheiten schon beschädigt sind, dann fügt man den stattdessen 2 Schaden zu. Super Karte für Exem-Decks auf jeden Fall. Wenn man da schon Wettereffekte zum Beispiel liegen hat, viele beschädigte Einheiten, dann kann er halt ordentlich nochmal Punkte vom Gegner rauben. Und bei den Exem-Decks, die verbessern sich halt so zusätzlich. Für das eine super Karte für den Decktypen. Sonst würde ich es halt, glaube ich, nicht spielen bei Skellige. Nur, wie gesagt, in den Ex-Men-Decks. Ja, dann haben wir noch Olaf. Olaf ist auf Platz 2 mit 15,38%. Er hat eine Stärke von 2. Da ist es so, man fügt dieser Einheit erstmal 10 Schaden zu. Der Schaden wird aber reduziert für jede Bestie, die man in der Partie ausgespielt hat, um 2. Also, wenn man 2 Bestien ausgespielt hat, äh, wenn man 5 Bestien ausgespielt hat, sind das halt die 10 Schaden, die man eigentlich der Karte zufügt. Also, es ist einfach eine 20er Goldkarte. Wenn man das hinkriegt, ist es recht stark. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ist halt so ein bisschen eine schwächere Variante von Sirinova. Ja, und dann haben wir Him auf Platz 1 mit 37,61. Er wurde ein bisschen abgeschwächt, hat jetzt noch eine Stärke von 3. Dabei hat man die Auswahl zwischen der parasitären Bindung und der Einflüsterung. Man kann entweder eine verfluchte Bronze- oder Silbereinheit aus dem Deck ausspielen, oder man erschafft eine Silbereinheit aus dem Startdeck des Gegners. Ja, die parasitäre Bindung war eigentlich immer ein recht gutes Ziel für Skell, oder auch andere verfluchte Einheiten. Also, ich habe die Karte eigentlich immer mit Skell gespielt. Das hat super funktioniert. Generell für diese, ähm, Cursed-Skellige Decks ist die Karte sehr gut. Ja, jetzt nur eine Stärke von 3, ein bisschen abgeschwächt, aber ich denke, die Karte wird trotzdem weiterhin gespielt werden. Ja, das wären auch schon alle, ähm, neuen Karten, so gesehen, die erwählenswert waren. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal die vorerst letzte Folge. Und dann nächste Woche wird an dem Montag, ähm, eine neue Serie starten, aber da werde ich für das Wochenende wahrscheinlich noch ein kleines Infovideo vorbereiten, wo ich dann nochmal Näheres erkläre, wie das dann weiterläuft mit dem Video am Montag. Was ich sagen kann, es wird auf jeden Fall um 15 Uhr, wie die anderen auch erscheinen. Und dann verabschiede ich mich erstmal. Macht's gut, haut rein und ciao.